Du lässt Timo allein Nee aber ich möchte auch töten bei dir Schaffst du beide ich schaff das Wo ist der Fettsack Du schaffst ihn nicht weißt du Timo kommt aber bestimmt gleich ich fang ihn ab Du schaffst ihn wirklich nicht Ich töte mal schnell diesen Wolf Brutzel Brutzel Weil du in einen Fils reingelatscht bist Klingt meistens sehr logisch gell Nein Mann Ich bin tot Die Puschen oben durch Puscht mal jetzt Wir müssen mal Teamfight machen Ja mich haben wir das gerade Ich bin alleine Puschen wir mitte durch Ich geb mein bestes Aber ich krieg die Versalien alleine so schlecht down Alter ich hab 4-5 Ich bin dabei Alter wie viel Pilze liegen hier Ich bin da eigentlich negativ hier aber ich hab die meisten Assets Zeige Ja geht nicht Ja jetzt hat er erstmal Aua banquet Da steht den Pilz übrigens Wo steht der Pilz Da Ja, wollten dir nur mal zeigen. Ich sterbe. Tja, das ist ne gute Frage. Oh man. Ich hole den anderen. Das läuft grad richtig beschissen vor uns. Ja, das ist nur ziemlich beschissen, weil wir voll nachlassen. Wo ist denn der Hilfe? Ja, das ist... Ich hab halt Probleme damit an der Rapuna, weil Timo ja am Anfang ziemlich stark ist. Timo ist eben... ist gestern voll stark. Nein. Später wird ja übelst schwach. Später nimmt man... Haltet mich nicht auf! Ja, wo gehen wir denn jetzt lang? Wir müssen nochmal Teamfights machen, oder? Nein, doch noch nicht jetzt, Satelli. Jetzt komm auf deine verfickte Lane mal wieder zurück. Hoffe. Jetzt noch nicht, weißt du? Wir haben 21 Minuten, sind Level 12. Jetzt doch noch nicht. Ja, Ellie, deswegen ja. Ja, auf der Lane levelst du dich mehr als in verfickten Teamfight. Ja, der Venga aber von euch ist die ganze Zeit auf der... Du immer mit deinen Levels. Levels sind völlig wurscht. Nein. Willst du mal mit Level 10 gegen den Level 18er spielen? Das kann nicht sein. Ach genau. Ja, aber trotzdem nicht zu schnell. Versus, wir sind hier nicht bei WoW, ne? Ja. Ja. Ja, Mann. Die pushen uns nicht. Los, los, los! Gehen wir! Jetzt ist es noch neutral, Ellie. Pushen grad gar nichts. Wir pushen sehr viel hier. Na, jetzt wir. Bis die hier wieder alle zusammenkommen, weil die schon neben Teamfight machen und die dann sterben versus. Wollen wir durch pushen? Komm drauf jetzt. Wenn wir wieder pushen würden, dann würden die auch was. Kommt Teamfighter. Kommt Teamfighter. Aaaaaaah! Ja, keine Versallen mehr, keine Versallen mehr. Der kommt zu uns, der kommt zu uns. Oder? Nein. Er kommt nicht. Mep wird nur erhält. Nein, der kann auch zu dir springen. Wenn er dich sieht. Alter ey, den Teamfighter haben wir aber grad ziemlich niedergelegt. Naja. Wie man es halt nimmt, ne? Ey, stimmt. Aber wirklich. Machen wir schnell die Towerdown. Komm, weiter geht's. Ja, natürlich machen wir einen Towerdown. Darum geht's man im Spiel. Weißt du doch. Und direkt weiter pushen. Kommt schon. Voll cool dich hier. Damit hole ich einen Alien. Das kriegen wir gleich zurück. Komm, Versus, pushen. Oh oh. Und die anderen weg. Ach komm, dem mach ich platt hier. Scheiß auf dich. Egal ob ich sterbe oder nicht. Versus, du solltest wegrennen. Ich hatte sowieso. Ich war schon in den Griffen. Ich konnte da nix anderes machen außer sterben. Du hättest wegrennen können. Hättest du aber den Typen nicht da oben drauf kommen. Aha. Ich hab doch Feuer drauf gehabt. Der wär verreckt. Der hat doch einen Balken gehabt. Und ich hab Feuer drauf gehabt. Elli, aber... Ähm. Das Entzünden bringt bei dem Level fast nichts mehr. Neuuuun. Es zieht einen Balken, Elli. Ja, natürlich. Ich hab noch einen Balken. Nein, der hatte nicht mehr so viel. Echt? Ach, ey. Wie geht denn das, ey? Jetzt mal ganz ehrlich. Mein Ding macht mich ja unsichtbar. Los, los, gehen wir! Ich bin trotzdem ne Attacke. Weil der... Akali, ich komm bitte. Oh oh, renn weg. Renn weg, renn weg, renn weg, renn weg. Renn weg, renn weg. Äh. Ja, Teamfight, endlich mal irgendwann hier starten. Das hört schon immer krass. Akali, ich bin gleich da, ich bin gleich da, ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Achtung. Ich bin da. Ich bin da. Ich ist tot. Okay, dann können wir den Zauberer hermachen. Danke. Danke. Ja. Den krieg ich schon früh genug dann. Alter, diese scheiß Krieg. Diese Nerven ist der von allen. Flown, mach ich. Und los. Huiiii. Vom Rengar. Oh, und sie ist noch ein Genderminzler. Du meinst. Wird mein Krieg ausbinden. Bitte lowfall. Wo wollt ihr denn hin? Oh, oder was? Äh, Rengar. Nein, gehen wir hoch. Rett Wotter. Äh, Top. Dann kommt schon. Ist der, ich noch der Rengar? Nein. Nee. Wotter. 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 Sehr schön. Akali macht hier alles platt, Alter. Aber in der Mitte ist Timo, gell? Ja, Mann, übertrieben. Aber ich hab den zu oft gesehen, ich kann ihn nicht beziehen, Mann. Wotter. Wotter. Kommt ihr damit klar? Komm Versus. Wir müssen die so schnell durch machen, dass es kaum auffällt. Ja, wer ist denn? Warum ist denn keiner in der Mitte? Ja, aber der unten. Spätestens jetzt, kommt der gleich. Wo sind denn die überall? Eben. Der ist bei mir. Und Timo. Die kommen gleich alle zu uns, da ist schon Timo. Drauf auf Timo, drauf! Nein, 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 das ist eine Falle. Ja, ich glaube auch ist eine Falle, das kommen wir auch nach. Das ist auch eine Falle, Mann. Das ist eine Falle! Na, obwohl, es sind nur zwei Stück, guck mal, wo ist es? Ja, Elli trotz, die... Das sind zwei Stück? Die müssen noch von den Büchern sein. Meinst du? Dafür sind sie jetzt aber zu lang. Lauf mir durch die Bücher. Okay, lauf mir durch die Bücher. Kein Sinn. Aber Timo, welches Level? Halt mich nicht auf! 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 Mach'n Platz, mach'n Platz, töt' ich! Nicht die Wölfe! Ja, ja. Warte mal, ich kann mich nicht auf! Ich kann die nicht tot machen! Ich hab sie trotzdem alle bekommen. Mitte, 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 Mitte! Oh, bitte? Der Ringer ist da eh weg. Wo denn? Jetzt links, rechts, vorne, hinten. Mitte, okay. Oh Mann, diese Scheiße, kriegt sie. Das macht doch Akali sowieso alleine. Was los gehen wir? Na, ich will sie klar. Juhu! Ich werde hier zerroppt von Versailles. Klingt doof, ist aber so. Ja, aber es ging jetzt wieder der Rengel. Ah, der in den Klausch. Godadress! Fuck off, Mann. Kommt ihr damit klar? Na jetzt, was tust du da? Er ist tot. Freiburg. Okay, machen wir den Turm. Weg, weg, weg! Weg, weg, weg! Wieso, weg, weg, weg! Achso! Ich muss da gerade ein Ausweichmanöver laufen. Ich geh mal Bäckung einkaufen. Ich schaff so viel Geld. Ich geh aber auch ein bisschen aus. Wird da jemand Timo töten? Oder ist das schon tot? So, lege frohrenes Herz. Äh, Stab des Erzmagiers. Wollen wir ihn töten? Stab. Nein. Stab des Erzmagiers. Stab des... Ich glaube, ich geh mal schon weg. Erzengel, so rum. Ich sag das immer falsch. Haltet mich nicht auf! Haltet mich nicht auf! Ah, nee, jetzt können wir drauf gehen. Wer hat eine Erzengelstube jetzt mal ganz? Wer? Voll die Erzengelstube. Wer? Rise. Rise, wieso? Haltet mich nicht auf! Ja, ich weiß. Ist trotzdem toll. Hör. Ah, du bist drauf. Aber fahrt, wo war es hier? Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Gleich kommt Flash and Damage. Was werden wir gleich zurück? Hatchel, bist du zu spät. Ich bin nie zu spät! Doch, eigentlich bin ich zu spät, aber naja. Daaa, helft mir! Na ja, ich bin nie zu spät. Ich bin nie zu spät. Noch ein? Ich bin nie zu spät. Äh, sie ist nur zu spät gestört. DREIFACH TÖTUNG! ACHTCHOON! ACHTCHOON! Das Game, jetzt machen Sie ja auch nicht. Naja, ne, vielleicht haben sie sich nicht geschlagen. Das ist ja... ...dass unsere Taube am Anfang voll gepusht hat. Ne, ihr habt's... Wegen nicht. Hier müssen... Wir müssen... Da kommt Timo, da kommt Timo! Und warum händt ihr alle weg? Gleichzeitig! Warum werden die alle weg? Kommt zu mir, kommt zu mir! Kommt zu mir! Hinter euch! Oh, Mann! Egal! Oh, Mann! Die haben echt nicht die Karte im Blick, die Leute hier! Egal, ich hab 2000 Gold, ich muss einkaufen gehen! Voll geil, den ihr Ding, den ihr Master Yi und wir Rangler sind auf 12, äh, auf 13. Was bitte? Oh ja! Komm, ey! Ey, ich bin jetzt schon bei Mikas Feuerprobe, da kann nicht was sein! Ne, hab ich irgendwas vergessen? Freundes Herz? Die Gletscherscheibe, hab ich die schon? Du weißt denn alles? Doch, aber ich bin bei Mikas Feuerprobe, krass! Oder hab ich irgendwas vergessen? Jetzt muss ich schon mal gucken! Oh, Tränen! Tränen, ne, ne! Nein, du bist jetzt schon bei Mikas Feuerprobe! Ich lauf dann nie wieder! Bin ich das? Ja! Danach, ich hab noch nicht leichter für dich erleden! Äh, Timo, Timo, Timo! Ich hab nicht mehr so viel live! Ne, ich bin da noch nicht, da fehlt irgendwas! Aber auf was ist denn nochmal diese mit den ganzen Rüstungen und so'n Scheiß? Äh! Was? Oh, ohne das Herz! Was? Oh, ohne das Herz! Das mit den ganzen Rüstungen und so'n Scheiß? Ja! Oh, Mann, warum bin ich schon so weit? Weil du viele Kids hast! Hab ich gar nicht! Ich hab nicht! Ich hab nicht! Ein bisschen davon gekauft, aber egal! Boing! Ne! Ach! Ich hab nicht! Eigentlich sind wir dreimal wieder geworben, also! Aber die haben ja auch meinte geschlossen! Da, da, da! Da, da! Ich sterbe! Und auch nicht! Ich bin schon so ein kleiner Wichser gell, also so ein richtig kleiner fetter Wichser. Ja, so ein richtig kleiner fetter Wichser. Alles wirklich. Warum machen wir eigentlich nicht Baron? Einfach so. Los, los, gehen wir! Einfach nur beim IS-Können. Machen wir es? Nein. Jetzt habe ich aber alles voll gepinkt. Ey, warum bin ich alleine in der Mitte? Ich komme auch in der Mitte und du hast keine Chance gegen Timo. Der Timo zerroppt dich in der Luft, Alter. Vielleicht. Der kann nur eine einzige Sache, der Timo, und sonst kann der nichts. Und damit zerroppt er dich. Aber jetzt zerroppen wir ihn gemeinsam. Wenn er uns hinterherkommt. Er kommt uns nicht hinterher, schade. Hä? Du meinst, wenn wir ihn hinterherkommen? Na, na, na. Kommt schon! Nein! Oh mein, dieser Feigling! Ich komme! Der Gegner wurde getötet. Du kill Dieb! Aua! Was kriegt ihr gleich zurück? Aua! Wir sind zwar ziemlich clean, aber... Hilfe! 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 Aua! Aua!